Kraft, Leistung, Präzision. Mit der Frontzapfwelle wird Motorleistung auf ein Anbaugerät übertragen, welches nicht über einen eigenen Antrieb verfügt. Der Kraftfluss erfolgt über einen direkten Antriebsstrang vom Motor aus und bietet somit den besten Wirkungsgrad. Unabhängig davon, welches Anbaugerät Sie verwenden, können Sie die notwendige Kraft genau dann anfordern, wenn sie benötigt wird. Über die Multifunktionsarmlehne in der Fahrerkabine können Sie die Zapfwellengeschwindigkeit anpassen. Das Fronthubwerk ist ein äußerst wichtiger Teil Ihrer Maschine. Dank seiner großen Hubkraft können schwere Anbaugeräte eingesetzt werden und weil es komplett in den Halbrahmen integriert wurde, ist das Fronthubwerk extrem robust und stabil. Die Unterlenker sind aufgrund ihrer Konstruktion und Materialspezifikation optimal auf die Maschine abgestimmt. Diese können ebenfalls hochgeklappt werden, wodurch beim Arbeiten mit dem Frontlader mehr Bodenfreiheit und damit ein leichteres Rangieren ermöglicht wird. Das Komfort Fronthubwerk verfügt über eine optionale Schwingungsdämpfung, die insbesondere beim Einsatz von Anbaugeräten eine verbesserte Traktions- sowie Lenkfähigkeit erzielt. Schauen wir uns das Heckhubwerk an. Hydraulikventillösungen sorgen selbst unter Druck für ein sauberes und effizientes Anschließen der Hydraulik der Anbaugeräte und schützen die Anlage vor Verunreinigung durch Schmutz und Wasser. Das Heckhubwerk verfügt ebenfalls über eine hohe Hubkraft sowie ein Absenkventil mit Lastausgleich. Das bedeutet, Sie können selbst schwere Anbaugeräte ohne Schwierigkeiten bis zur vollen Höhe anheben. Für die untere Baugruppe der Anhängerkupplung sind verschiedene Lösungen erhältlich, zum Beispiel Python Fix, Kugelkopfkupplungen, Hydraulikkupplung, Zugmaul. Diese können nachgerüstet werden und ermöglichen das sichere Bewegen von Anhängern und landwirtschaftlichen Anbaugeräten. Heckhubwerk, Zapfwelle und Hydraulik können sowohl von der Fahrerkabine aus als auch außen an beiden hinteren Kotflügeln bedient werden. Somit müssen Sie nicht mehr nach hinten über den Traktor greifen oder um das Anbaugerät herumgehen, was der Sicherheit Ihres Arbeitsumfelds dient. Alle Zubehörteile gibt es bei Akkuparts. All diese Funktionen machen Hubwerk und Zapfwelle zu einem ganz wesentlichen Teil des Zubehörprogramms. Entwickelt und konstruiert von Fendt. Exklusiv für ihren Fendt.